So, nix Runde Oh, ich bin Slender Oh, was, du bist Slender? Yes Oh shit Keine Ahnung, das geht Ist gar nicht gut Okay Was muss ich machen? Ich will nämlich paar Seiten sammeln Ach, so kann ich fliegen? Cool Okay, ist hier eine? Ich glaub hier ist keine Oh, ich sollte... Oh doch, da ist eine, jawoll Oh, ich glaub ich seh dich Oh Gott, ich glaub ich hab dich auch grad gesehen Und das war die... oder das war das Licht von meiner Taschlampe Oh, verschwinde einfach, verschwinde einfach Ich geh ganz schnell rein Wenn ich das Licht ausmache, dann siehst du mich auch noch, nehm ich mal Ich hab gar nicht... ich hab vorhin gar nicht drauf geachtet Oh! 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 Hoffmann, Hoffmann Lass, lass mir, lass mir ein paar Seiten, ja? Geh erst mal auf die anderen Oh Gott, geh erst mal auf die... Ey, im Ernst Im Ernst Im Ernst Ja, ey, ist gar nicht geil Verdammt, mach die... Hör auf die Tür zu zum... Jawoll, gut Oh, kommmann, wirklich Lass mich doch erst mal ein paar Seiten sammeln Im Ernst Okay, komm mal zum Armin Ja, gut, danke So Legt ihr Kotz an oder was hat das gesagt? Kannst gar nicht wissen Ich weiß gar nicht was ich machen muss Das ist ja scheiße Ähm, boah, Alter Wie assi Ja, wie assi Oh, Mist Machen die irgendwelche Seiten? Hab ich einen? Nee, schade Ich hab die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit Angst, dass irgendwas von hinten kommt Die Leute am meisten Zeit Auch wenn... Nein, nein, alle meine Ja, ja, lass mich immer am meisten Zeit Wäre ich grad die Tür aufgemacht, brauchst du das oder... Oh, fuck Ich hab kein Licht mehr Oh, shit Vielleicht eine Tür? Das würde ich auch mal gerne wissen Hey, guck mal hinter dir Hey, da ist einer gleich tot Lol Ach, er wird immer mehr rot, mehr rot, mehr rot Stepp doch mal Er ist tot, ich hab einen getötet Was... Was für ein Schreibern Was war ein Mann? Das war richtig schlecht nachgemacht, aber... Ich kann ja durch die Türen durch, ist auch geil Klasse Das ist ja... Hervorragend Hä, hier ist das Schloss im Namen Ich will dort nicht mal... Warum komm ich hier nicht raus? Ich find die zweite Seite nicht Äh, ich komm hier nicht raus Ich bin im Pool Ich bin nicht rein gefallen Harry Potter ist zuhause Harry Potter ist zuhause Hä? Wir sind unter der Treppe Yo, what up dude? Ach, der stirbt schön Ich seh das Er wird immer mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld Ach, der ist vielleicht Orange Rot ist er jetzt Goddammit, hier ist nichts mehr Okay, jetzt stirbt Oh, oh no Arrrgh Ich hasse es wenn ... ... die Licht ausgehen Ich kann mich nicht mehr machen Tja, Pech Oh tú Vielleicht hastest du zu viel... ... Moment Oh fuck Ich bin... Oh nein, nein, nein Nein, 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 nein Ja, meine Taschlampe ist mein Leben glaub ich Also zumindest wenn du bin der Kopf Dann... ...geb meine Taschlampe leer Ja ich merke, dass der nach mir... Oh fuck, das war das deine mein Voll krass Wow, ich bin halt ausgeschlossen Voll gut Man kann dir ja nicht mehr entkommen Ja. Was heißt, bin ich hier? Guck guck! Oh! Ich hör dich! Scheiße! Nice! Okay! Ja! Da ist ein Schloss dran am Arsch! Guck mal! Toll! Oh mein... Stirb! Nein! Im Pool gefallen! Voll gut! Oh fuck! Ich komm nicht mehr raus! Stirb! 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 Er ist tot! 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 Ach du bist tot? Der hat was mich umgebracht! Guck der guckt durchs Fenster! Voll gut! Geblockt! Leute! Du musst den eigentlich nur anschauen! Das sieht so komisch aus! Mit der rechten Maustasse kannst du schneller laufen oder langsamer! Okay! Das ist eine Seite! Ja! Ach Mist! Entschuldigung! Ich will meine andere Map! Toll! Die Uhr läuft seit 4 Minuten und 30 Minuten! Oh komm ich hier nicht hoch! Boah ich... Ich halte! Ich hasse es! Nein! Alter! Meine Maustzuckerstörung! Das ist ja nicht nochmal... Ah! Nee! Wo ist denn? Oh! Oh cool! Ah jetzt hab ich die Sicht vom ganzen Haus oder was? Cool! So sieht es von draußen aus? Wo bist du? Du warst da gerade irgendwo... Bist du da oben gegangen? Ach hier kannst du nur! Nee! Die Sicht ist scheiße! Okay der stirbt jetzt! Viel Spaß! Der ist rot! Ah ich komme hier nicht durch! Stirb! Und tschüss! Ich muss das mal loslegen! Dass war's! Da hab kein Bock ever.... Warte... Kann ich nicht irgendwie... Rock the boat! Rock the... Oh... Oh! Du bist Slender! Und da auch irgendwo wahrscheinlich.... Okay es gibt gar kein Rock the boat! Oh jawoll! Meine Fresse! Ich kann mich nicht bewegen... Kein ich... Prozent okay Gerd Kassel-Member des Länders ist es zu bütteln Prozent also geschehen das schon gesagt er hat uns auch wenn er nicht mal schießt ich wird zurück ihm die Lauf respektiert bis er hat aber auch die Welt der Walter Ich dein Ernst jetzt, ne? Ach, ich hab mich gebraucht. So, Nummer 1. Okay, ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Ich muss dich jetzt einfach killen, weil... Ist halt so. Was macht der da draußen eigentlich? Hey, ruhig doch. Ich komm hier nicht hoch. Okay, was hat der für ein Skill? Das sieht komisch aus. Irgend so ein Skeletzkin. Okay. Oh, jemals. Verpiss dich doch, ey. Was zur Hölle? Scheiße. Ja, flieg mir nach, du Horch, ey. Hey, da ist noch einer. Ich hab alle erst eine Seite. Was ist eigentlich los mit euch? Skeletzkin. Der ist gruselig. Ich weiß genau, dass du jetzt auch noch unten kommst, der fickt dich. Ach, lebst du noch? Naja. Ich dachte, ich hätte dich als erstes gekillt. Ne, du musst fahren, bis er rot wird. Oh! Da ist irgendwas umgefallen. Ja, der ist schon umgefallen. Achso. Ne, das war nicht ich. Ich meine, wenn du jetzt kommst, dann schrei. Verdammt. Poolparty. Hervor. Und. Ich hab mich bewegen. Ich hab mich bewegen. Irgendwie. Irgendwie. Hinter mir ist was gestorben. Ja. Als Länders zu spielen ist das bisschen komisch. Ja. Fick dich doch. Ich hab Angst. Was? Der hinter mir ist gestorben. Okay. Wo ist denn dieser Twilight Sparkle? Ey, ihr habt alles über die Seiten. Eigentlich glaub ich... Fick dich doch. Eigentlich lohnt es sich gar nicht, äh... Ich glaub ich versperre jetzt erstmal ein paar... Die Tür. Ich lohnt sich gar nicht, äh... Euch zu erschrecken, weil... Ich hab noch gar nicht viele Seiten. Ja. Jetzt kommt das keiner wahrscheinlich. Okay, fick dich. Wenn du jetzt kommst, dann hast du dich. Hm. Ja, ich weiß es genau hier. Verdacht. Was schön ist. Jetzt ist jetzt eingesperrt. Auch nicht kruselig ist. Nein. Bisschen schön aus. Und er ist... tot. Stopp. Stopp. Ich geh aus dem Messer. So. Ach, jetzt ist er tot. Ja. Das gehört. Oh. Oh, mach doch die Tür nicht auf, hör doch auf. Ohne Scheiß. Ey, ich komm runter zu dir. Oh. Ah, da bist du. Fuh. Ja, scheiße. Ich kenn dich mehr. Ich kenn dich mehr. Ich kenn dich mehr. Ah. Fuck. So. Ich kann entkommen. Ich bin nicht der letzte. Ah, nee. Irgendwie ist es richtig langweilig als Läner zu spielen. Ah, es geht. Hi. Ah, er springt. Fuck, er springt runter. So, keine Sorge, dich hol ich noch. Ich seh' keine Seite mehr, das ja. So, ich will irgendwie von vorne erschrecken. Ja, er schaut halt. Wenn die Gegengesetzrichtung. Hi. Ah, nee, unten ist grusiger. Hippie, kay, yay. Okay. Es leckt aber irgendwie ein bisschen. Irgendeine Maus. Vielleicht? Ja. Ist hier noch eine Seite? Weißt du, so 1000 Seiten da. So ein Post-it-Trett oder sowas. Ach, jetzt ist einer aufgewogen worden. Es gibt uns keine Seiten mehr. Ich... Wo hast du vorhin noch Seiten gefunden? Und hier haben wir rasch ein Tor da. Oh, wir kommen hier nicht weiter. Sag mal. Wie wärs? Nee. Jawoll. Geht doch. Hahaha. Wir wegrennen. Oh, du redest nicht von mir, weil ich renne doch gar nicht. Hi. Oh! Habe ich nicht? Ja, ich habe keinen nicht mehr. Jawoll. Achso, schade. Oh, da hinten ist einer gestorben. Oh, jetzt kann ich mich teleportieren. Echt? Ohohoho. Ohohoho. Okay. Hab ich die Letzte? Es wird gerade noch blockiert. Ne, es leben noch drei. Ne, vier sogar. Oh, der hat... Oh, der da oben hat vier Seiten. Echt? Ich kann mich teleportieren. Zu einem nahen Spieler. Muss er jetzt nah genug an deinem Rand sein, oder? Ja, du musst nah genug sein, eigentlich. Du musst den so lange ansehen, bis er rot röter röter. Ja klar, aber ich meine, wenn ich mich teleportieren möchte. Machst du. Plötzlich stehe ich dir vor mir... Oh, du wirst schreien. Den mit den vier Seiten, den ich am nächsten am Leben... Oh, du geh doch weg, ey. Ich habe nicht vier Seiten. Ja... Tape und sie hier. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. So, jetzt soll ich noch den mit der einen Seite. Der ist irgendwie auf K, keine Ahnung. Bye. Verdammt, dass er zu. Scheiße. Ich will da rein. Ah, noch? Ah, dauernd nicht. Der hat vier Seiten. Oh, der hat null Seiten. Ach, den lassen wir noch ein bisschen spielen. Nein. Ich schau dir ein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem seine Hochgrad war. Irgendwie ist das langweilig, wenn ich den selbst spiele. Passiert halt null, ja. 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 Ja gut, ey. Halb! Fuck. Der hat blockiert. Nein. Böse. Nein, der soll... Nicht der mit den vier Seiten. So, jetzt. Nee. Fuck. No, no. So, ne. Den lass ich jetzt noch am Leben. Den lass ich jetzt noch am Leben. Was ist das? Was ist das? Und jetzt komm ich, um dich zu holen. Machst du zu? Ja. Machst du auch zu den ganzen Tag. Ja. Geht doch. So. Wie kannst du den Slender blockieren? Einfach mit Taschenlampe. So. Und der lass ich jetzt noch ein bisschen suchen. Ein bisschen rumgeistern. Er hat ja... Der ist ja schon gelb. Oder hellorange. Jawohl. Gelb. Na komm. Finde Seite. Da hat... Oh. Hatte einiges mit. Ja. Die hat er ja schon. Hi. Hi. Okay. Ah komm. Tschüss. 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 Der ist ein Roboter. Was? Der ist ein Roboter. Wer ist ein Roboter? Der. Der fährt die Krügers Revenge. So. Endlich. Der ist ein Roboter. Der ist ein Roboter. Der ist ein Roboter. Org. Der ist ein Roboter.